so ja aber die warte gefahren schon mutter schaden ja moin schaden muss jetzt nicht unbedingt sagen so da gehe ich rein zu stehen ja nicht nur das kassel licht signal geben wollen wir starten schon wieder niemand gesetzt in der ersten kurve das ist nicht so schnell aber hey let's go auf gutes glück blitzlich gewitter ich habe auch super weiche reifen drauf das auto wackelt trotzdem noch obwohl es tief ist wieso das kann nicht so tief aus wo der lieder da ist ja fetzig vorbier also wie weit auseinander der staat ist ja unglaublich mit schatten party oder ganz das kann ich mir gestartet hängte schreien ich hole auf alter ist aufholen ein boost ja wir sind alle in die wand fahren ich nicht ich nicht alter wunderbar wie die alle in die wand fahren hier voll geil ja moindos bei mir ist nur lenkung kaputt zum glück bei mir ist alles kaputt hier hier ich komme ich komme ich komme links ich komme links in die wand gefahren ja vor 1 ne leute ich muss die brux oder was haut am arsch ja ich auch ich habe mich gedreht sogar noch ja vier runde dauert aber ja mann grad mit den schlüsseln der langen strecke das ist eigentlich so eine highspeed strecke wie vor allem mit dem klo rum und so ja warum nicht ne vielleicht machen wir da gleich super weich drauf und ich habe super weich drauf das fetzt junger ja super jetzt ich kann doch gleich mal naja klar ja ja du ne ok dann schau ich wie ich um die strecke gucke ich habe Angst vor lena die haut mich ich muss jetzt mal wissen wo die boxeinfahrt ist boah das lenken da ist ja ja nicht so einfach links geht es rein oh meine reifen sind schon fast runter was ja also meine super weichen ne ein zettel aber egal fahr schon bis zum ende ist ja eh nur geradeaus 210 kmh mhm ohja die box sieht man klar ist klar kannst du nicht vorbeifahren ok und dann bin ich dran vorbeifahren ne ich muss mein lenkrad schief halten um geradeaus zu fahren aber die anzeigen so alt ist wie bei mir im auto das ist voll geil mhm ich bin hinter dir überhole ich dich noch von der boxeinfahrt überhole ich dich noch krieg ich noch krieg ich noch krieg ich noch warum hab ich dich reparieren gedrückt nein ich will zufrieden ich will zufrieden ich hab dich repariert das hab ich hinten auch schaden das musst du wohl machen ich muss gleich nochmal in die box glaube ich und reparieren lassen was man denkt voll nach rechts sag mal hey die karre ist mehr scheiße im lenken alter ich hoffe ich kann es auch nach links fahren oh wie sie hä ich hab nur ruhe ich bin rausgeflogen ach komm ich kann so ein schmatz auf mir ich auch ich war nur erster da gibt's dir einmal mühe toll ist alles offline bei mir ist alles offline super ey ich will mal die netzwerkverbindung wiederherstellen mal gucken ist genau wie damals ey sagen dir deine eltern schreib eine 1 du kriegst 5 euro kommst nach hause mit einer 1 kriegst nichts jaja ja geil genau in der linie ey ohne scheiß und was was hast du denn hier im gammeldorf gemacht und eine kuh bestiegen na echt aber die sind cool die kühe mit käppi und so so ich bin wieder online ich bin denner ja dann checken wir die mal wieder um zu fliegen ne ich muss erwarten dass einer meiner freunde bei dir reinkommst ach man die strecke war aber auch nicht für die autos hier in madrid ne quatsch wie heißt die stadtstrecke da nochmal die engel ich mach wieder auf also du machst erst noch auf ist noch nicht offen du hast grad gesagt ist offen nein die macht doch erst ja ich wollte gerade sagen weil ich sehe denn wahrscheinlich ich habe das glas urinieren auch geil ich stehe auf glas so noch ein energy rein ja man whisky mit energy der schmeckt ja voll gut ja hab ich auch zuerst gedacht und dann hab ich es probiert ja dann sag ich wo sind das mischt 60 euro whisky mischen dann kann man ja mischen erst ab 60 das haben wir ja auch voll der billig fusel lass doch cola reinhauen ist schon einer da drin jetzt oder ja ich tue noch einstellen ein langes also lass derzeit stell alles schön ein wir waren auf n 300 oder das geht auch nicht es ist nicht so wie ein gta pro renn zehn minuten warten also raunahmen noch einstellen gott auch noch aber ich freue mich schon auf ich freue mich schon auf die ganz alten autos muss mehr energy rein so so oh ein auto in lauter arsch so habt ihr euch auch dieses kostlose foto ja update da runtergegangen warum auch immer dass wir noch mehr dinge an fotos machen so raum ist ähm offen scheint so das ist eigentlich eine seite wo man den entwicklern schreiben kann hehehe stimmt die sollen skyline herein bringen was ich habe raum erstellt was kommt bin wieder draußen nice sein internet scheint ja sehr gut zu sein du eigentlich schon das ist nicht das problem hat einer eine stabile leitung ich kann mal versuchen eine aufzumachen ich habe auch eine stabile ja das kommt vom ganzen rauchen ne nein ich will nur kaugummi haben das mache ich extra achso ne wicked ja schöne bilder und hast du dir schon gegännt was naja was was denn wohl klar ich bin der dritte ist weg über über little big planet und so ja hämorrhide du bist dran was so hm ich probiere es nochmal aber bei jedem mal wird mir schlecht und ich gehe direkt ins bed das zeug ist nichts für mich entscheidend was denn was für zeug nasenspray ich bin mehr so der nasenspray typ weißt du da raus du gerade oder holländerkäse käse raus du gerade was schön gaule eine zigarette hm so lobby und so ist kein menschen dran macht ihr mal einer auf ich habe es zweimal erstellt und jedes mal kommt ein schwarzer bildschirm nach einer ladesequenz und dann wird ein server neu erstellt und dann bin ich wieder in der lobby dran ja es ist eine auf machen sonst mache ich auf was du hast frei ja da mache ich auf oder macht schon einer ich weiß nicht ich wollte es auch anfangen gerade aber mir ist wurscht der macht ja mach rauma stellen ich habe ja eh schon alles gespeichert ich muss nur laden dann ist er schon auf ja da macht das mal dann macht er ich hab mich schon Setup hier laden halligalli heißt er festgelegt raumbesitz Sigi mindestfahrerwertung ach fahrerwertung ja aber naja das finde ich durfte das bei online dass man dann nicht hoch oder runter gerankt wird wer fährt denn da alter was für eine strecke nehmen wir denn such dir mach erstmal einen raum auf kannst du ja immer noch ändern ja das mal beitreten würde ich sagen so umgekehrt passiert noch ich will schon alles richtig einstellen hinschatten realistisch boost aus aber ich mach wieso nur noch ein rennen mit deswegen ja ich mach gleich auf ich sag ist die keil wenn offen ist treibstoffmengen zu beginnen das ist nicht eigentlich Bruchaufdruck realistisch 30 sekunden Versicherung kann ich mal ein bisschen mehr machen mach schon mal die Minute da leistungsbalance bla bla na klar ja klar ja klar das ist ja auch cool so mit VR hocken hier hinten drin lenken ohne Beschränkung machen die Scheibenwäsche runter holen sie den Paddel raus und sie den anschieben so und der Fahrer sagt schneller, schneller was ist eigentlich wenn ich Strafen einstelle ist das Ranking dann aktiv mit dem B und A und C ich hab keine Ahnung Seitenkontaktstrafe Flagge ein pass auf die verlassenen Strecke neue Platz was sie haben hier ohne Beschränkung okay ne noch nicht muss erst mal laden ja alles gut hier muss ich nix mehr verstellen oh mein Clio boah der ist so tief mmmm gold mmmm gold alles klar oh mmmm da steht Gua an der Seite so hätte ich mein Clio gern nur ein bisschen anders ich muss mir mal von JP alle Folierung danach machen vom GT3 und so BMW und so ich glaub ich echt mal so ist offen kein drin Fabian komm bei mir rein und Kamikaze und dann nur Angel ja wenn Angel drin ist kann der Rest von ihm auch beitreten aber ich muss jetzt alle mal älten ja tschau tschau lobby online hast die zwei ganz tief ganz tief die zwei Videos damit du online überhaupt spielen kannst ist doch ist doch ein Schloss bei dir oder bei Lobby ne ne lobby ist doch noch ein Schloss ne da muss ist doch noch ein Schloss davor auf dem Symbol ansicht bei Lobby ja hast die zwei Videos schon geguckt ja da musst du bei Sport bei was war das nochmal die zwei Videos gucken äh bei Sport und dann ist und der untere ist der Punkt ist das äh da sind zwei Felder dann da sind zwei Felder dann musst du zwei Videos durchgucken leider ja ich kann sich abbrechen kann sich abbrechen ja GT3 hab ich eingestellt was sollen wir das fahren ich hab mal GT3 ja ne der hat ja noch Ford ich kann nicht auch sofort in Kart fahren ne kart auf never ever aber einfach kurz start aufs statterfeld blablabla GT3 das mit N300 hat aber gepasst oder was mhm 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 er hat leider nichts anderes er hat leider nichts anderes außer er ist Level 5 und geht dann aus der Lobby raus und kriegt ein Auto mhm 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 drosser aber aber kann ich noch nicht was finde ich schade dass die Autos sich nicht was es konnte keine Verbindung zu selber gestellt werden jetzt wird für den hergestellt nice 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 ich küsse deine Augen bei Normal lobby ist ja voll alles colour muss man welche rausschmeißen ne 言 nur deutsche rausgeflogen okay dann lag es von sich an mir ja dann sage ich dann verschiebe ich das einfach mal jetzt wir können ja morgen oder am wochenende machen würde ich sagen noch ein paar runden so jetzt am wochenende noch mehr dann härte tests so 24 stunden überkriegen oder so mit schaden auf maximum 5 war das echt cool sind immer caps gefahren und alles